Identifizierung, 9 mm Feuerwaffe. Identifizierung, Drohhaltung gegenüber digitalem Wesen, einem Verbündeten. Irrationale Reaktion. Kandidat ist übermäßig nervös. Jetzt Anlass für übermäßige Nervosität. Strategie, jage diesen Geist. Das Leben als Geisterjäger ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Diese Erfahrung muss Lazarus Jones, den ihr hier gerade seht, leider auch machen. Der Brad-Pitt-Verschnitt seines Zeichens Polizist gerät unfreiwillig in einem mysteriösen Fall. Bei dem Erforschen einer verlassenen alten Schule stoßen Jones und seine Partnerin auf Geisterwesen. Diese gehören zur Sammlung eines Professors, der offensichtlich einen Hang zum Okkulten besitzt. Jones lässt die Geister versehentlich frei und fängt sich obendrein noch das zweite Gesicht ein. Dummerweise wird auch noch seine Partnerin entführt. Keine Frage, dass ihr euch auf die Socken macht und versucht, die Dame wiederzufinden. Hier schlage ich mich gerade mit einem typischen Geist rum und ich zeige euch jetzt mal, wie mal ein Geist einfängt. Dazu könnt ihr entweder aus der Ego-Perspektive zielen, dann könnt ihr euch allerdings nicht bewegen, oder ihr schaltet in die dritte Person um. Einige Geistertypen muss man mittels eines Wurfdiskos erst in der Realität manifestieren, dann könnt ihr sie anschließend mit einer der zahlreichen Bomben blicken. Ghost Hunter ist ein wirklich außergewöhnliches Horror-Adventure, das zwar mit Resident Evil, Silent Hill und Co. schon einiges gemeinsam hat, aber doch sehr eigenständig ist. Vor allem technisch wird einiges geboten. Schaut euch mal diesen schönen Übergang an, wie ich jetzt gerade diese Höhle verlasse und in die Natur trete. Da waren vorher übrigens noch Feinde, die habe ich aber schon vorsorglich erledigt, damit ich euch in Ruhe mal die Stärken der Grafik-Engine demonstrieren kann. Das sind nämlich neben tollen Lichteffekten vor allem eindrucksvolle Naturlandschaften. Ich habe ja vorhin schon mal kurz von dem zweiten Gesicht gesprochen, das Lazarus besitzt, und damit meine ich das hier. An bestimmten Stellen im Spiel könnt ihr nämlich Astral steuern, das ist das Geistwesen. Die hilft euch, um etwa an Schalter zu kommen, wo Lazarus nicht hinkommen kann. Er kann nämlich seltsamerweise nicht schwimmen, deswegen tun wir das hier jetzt mal mit Astral. Und sie kann sich dann auch für kurze Zeit auf den Boden stellen, um dann mit der Schalter zu drücken, etc. Einige Rätsel mit Astral wirken doch etwas abstrus, aber insgesamt doch eine wirklich sehr nette Idee. Der Actionanteil von Ghost Hunter ist recht hoch, und wie ihr hier seht, laufen die Gefechte nicht unbedingt sehr dynamisch ab, sondern erfordern auch mal ab und zu etwas Strategie. Cool sehen auch diese diversen Filter aus, mit denen ihr die Geistwesen sichtbar machen könnt. Leider ist die Steuerung etwas unpraktisch geraten, vor allem das Umschalten zwischen den Wappen ist etwas umständlich. Lebens- und Waffenenergie hinterlassen euch übrigens abgeschossene Feinde. Das sind dann diese Energiebälle hier. Ghost Hunter liegt vor allem von seiner teilweise grandiosen Atmosphäre. Immer wieder spielen die Entwickler mit euren Sinnen und führen euch regelrecht an der Nase herum. Weniger gut gefällt mir die Kameraführung, die ist doch sehr chaotisch und verhindert einen wirklichen Spielfluss. Stellenweise hat das Spiel auf mich etwas unausgegoren gewirkt, wie gesagt, die Kameraführung ist vor allem der große Knackpunkt. Trotzdem werden Horrorfans auf jeden Fall gut bedient. Die Geisterjäger-Thematik wurde gut umgesetzt. Man fühlt sich fast wie damals bei Ghostbusters. Hier ist dein Dunn. Hier ist dein Munner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017